Guck mal hier, bei meinem eigentlich noch ziemlich gut funktionierenden Windows-PC poppt auf einmal diese Meldung auf. Ja, Windows 11 geht nicht, wegen so alter Hardware und Windows 10-Update gibt's ab dem 14. Oktober 2025 auch nicht mehr. Also ich spreche hier nicht von irgendwelchen Schönheits-Updates, sondern von nicht mehr gestopften Sicherheitslöhnen. Also ernsthaft gefährlich. Ich übersetze mal in normale Sprache, was Microsoft da sagt. Ja, diesen Computer kannst du leider nicht mehr benutzen. Sorry, musst du dir einen neuen kaufen. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr diesen von Microsoft verschmähten Computer dann noch viele Jahre sicher und sehr wahrscheinlich schwuppsiger als mit Windows nutzen könnt. Ja, habt ihr euch wahrscheinlich gedacht? Wir installieren Linux, genau genommen Linux Mint, das wird von CT3003 und auch unserem CT-Mutterschiff für Leute empfohlen, die von Windows umsteigen wollen. Ich habe das auf zwei Rechnern installiert, beide schon ziemlich alt. Und was ich in diesem Video versuchen will, die Linux-Installationen so zu zeigen, dass das wirklich alle hinbekommen. Also ohne irgendwelche Shortcuts von vorne bis hinten, also ohne dass man sich wundert, wie sind die da jetzt hingekommen. Das Video richtet sich also an alle, die irgendeinen Rechner haben, auf dem sie Linux Mint installieren wollen. Außerdem erzähle ich euch auch noch kurz, was ihr außer Linux installieren tun könnt, wenn eure Hardware angeblich zu alt ist, um auf Windows 11 abzudaten. Bleibt dran! Ja, wenn ihr euch für Linux interessiert, dann habt ihr Datenschutz bestimmt auch auf der Liste. Und da ist vielleicht Incogni was für euch, die sponsern dieses Video. Ja, es gibt nicht nur immer mehr Datenlacks, es gibt leider inzwischen auch hunderte von Datenhändlern, die eure Daten entweder legal oder sogar illegal aus irgendwelchen Servereinbrüchen bekommen haben. Und damit steigt auch das Risiko von Scam und Identitätsdiebstahl. Mit DSGVO und Co. gibt es zwar die Möglichkeit einer Datennutzung zu widersprechen, aber dann müsstet ihr halt jede einzelne Firma einzeln anschreiben. Sehr, sehr anstrengend, sehr, sehr nervig. Incogni nimmt euch diese Arbeit ab und löscht euch vollautomatisch aus hunderten von Datenbanken. Und selbst wenn eure Daten außerhalb der schon bekannten Datenbanken gelandet sind, hat Incogni dafür den Custom Removal Service. Ganz neu. Habt ihr eure Daten irgendwo entdeckt, könnt ihr einfach einen Link einschicken und die Incogni-Experten kümmern sich darum. Und das ist doch nice. Incogni wurde übrigens gerade als erster Service seiner Art von Deloitte in seiner Wirksamkeit verifiziert. Mit dem Coupon-Code CT3003 bekommt ihr auf Incogni.com 60% Rabatt aufs Jahresabo. So, also ihr habt da jetzt also einen Computer, der sich nicht auf Windows 11 updaten lässt, weil Windows 10 sagt, Hardware zu alt oder aufgrund von Hardware-Einschränkungen. Ihr habt jetzt vier Möglichkeiten. Eigentlich fünf, aber die fünfte ist wirklich problematisch und auch gefährlich. Das wäre nämlich einfach das Ding weiter zu benutzen, als wäre nix gewesen. Ja, und das ist halt doof, weil es ja wie gesagt nur noch bis zum 13. Oktober Sicherheitsupdates gibt. Und Windows ohne Sicherheitsupdates im Internet zu benutzen ist, ja, ziemlich töricht. Weil immer wieder Sicherheitslücken auftauchen und wenn die nicht behoben werden, ja, dann ist euer ungepatchtes Windows 10 eben offen wie ein Scheunentor. Wirklich keine gute Idee. So, aber jetzt kommen die vier mehr oder weniger sinnvollen Möglichkeiten. Möglichkeit 1 ist die von Microsoft in diesem Windows 10 Pop-Up vorgeschlagene. Computer zum Recyclinghof, neuen kaufen, ja, also wenn der noch gut funktioniert, weiß ich nicht. Also auf jeden Fall keine 3003-Empfehlung, diese Möglichkeit. Ja, Möglichkeit 2 ist ein von Microsoft angekündigtes Angebot zuzugreifen. Das heißt, ESU-Programm, also Extended Security Updates, frei übersetzt verlängerte Sicherheitsupdates. Und damit kriegt ihr noch ein Jahr länger, ja, Sicherheitsupdates. Manchmal sogar kostenlos. Das ist aber an Bedingungen geknüpft. Drei Möglichkeiten gibt es, um das zu bekommen. Entweder ihr aktiviert Windows Backup, da werden dann also eure Daten in die Cloud kopiert. Aber nur bis 5 GB kostenlos. Habt ihr mehr Daten, müsst ihr das bezahlen. Die zweite Möglichkeit sind 1000 Microsoft Rewards Punkte dafür auszugeben. Und ganz ehrlich, Microsoft Rewards wirkt auf mich persönlich, meine Meinung, ziemlich unausgegoren. Also ich bekomme Punkte dafür, wenn ich bei Bing nach einem Krankheitsbild suche. Und das ist dann auch manchmal auf Holländisch. Und hier, dieses Pop-Up kann ich nicht schließen, sondern nur bestätigen. Ja, Suche nah. Okay, ja, also bin ich kein Fan von diesem Rewards. Und ja, als dritte Variante gibt es noch Geld bezahlen. Also 30 Dollar, der Euro-Preis steht noch nicht fest. Windows ESU, ESU, wie auch immer, kann man machen. Aber hat man halt höchstwahrscheinlich auch nur ein Jahr lang Gnadenfrist. Möglichkeit Nummer 3, Windows 11 zurechtfrickeln, sodass es keine Hardware-Checks mehr macht. Das geht zum Beispiel mit dem USB-Boot-Image-Tool Rufus. Einfach hier auf Download klicken, Windows 11 Sprache auswählen und dann auf Start klicken. Und dann kann man den USB-Datenträger vorher entsprechend durchpatchen. Ziemlich viele praktische Sachen. Also nicht nur die Hardware-Erkennung entfernen, sodass Windows 11 auch auf eigentlich nicht unterstützten Rechnern installierbar ist, sondern auch andere Sachen, wie zum Beispiel die Online-Konto-Pflicht entfernen. Das ist alles praktisch. Ich bin für mich persönlich aber unsicher, ob das inoffizielle Gepatche hier womöglich irgendwelche Updates in Zukunft verhindert oder womöglich irgendwas anderes kaputt macht, was man zuerst nicht sieht. Also ich würde jetzt nicht explizit davor warnen, ist schon alles cool, aber ich persönlich würde das nicht machen aktuell. Deshalb jetzt die von mir favorisierte Möglichkeit, habe ich am Anfang schon gesagt, Linux Mint installieren. Das habe ich halt gemacht bei zwei älteren Windows 10 Notebooks aus meinem Fundus. Ein ungefähr sieben Jahre altes Acer Swift 7, schön flach und lüfterlos, und ein über zehn Jahre altes Convertible mit Touchscreen, ein HP Elitebook Revolve 810 G3. Beide Geräte mit einer gar nicht mal so schnellen Intel Dual-Core-CPU. Und direkt Spoiler, bei dem Convertible funktionierte der Touchscreen direkt out of the box mit Linux Mint. Also installiert und sofort funktionierte. Der Touchscreen musste keine Treiber installieren. War echt cool. Und bevor es jetzt ans Eingemachte geht, erstmal der allerwichtigste Schritt. Alle eure Windows-Daten irgendwo sichern, also zum Beispiel auf einem USB-Datenträger. Das ist wirklich elementar wichtig. Es gibt auch sogar die Möglichkeit, euer Laufen des Windows komplett in eine virtuelle Maschine zu verfrachten, die ihr dann später zum Beispiel unter Linux laufen lasst, als VM. Das geht sogar mit einem offiziellen Microsoft-Tool. Das ist nämlich mit Disk2 VHD. Aber das geht hier für dieses Video zu tief. Ich wollte nur kurz die Möglichkeit erwähnen, dazu erscheint auch bald ein ausführlicher Artikel bei CT bzw. Heiseplus bzw. 2 Artikel. Also ihr habt eure Daten gesichert, euer Windows kann komplett platt gemacht werden? Überlegt nochmal ganz genau. Das ist dann auf jeden Fall gut, denn obwohl es theoretisch die Möglichkeit gibt, Linux parallel zu Windows auf dem gleichen Datenträger zu installieren, empfehle ich das explizit nicht. Ich habe damit nämlich schon mehrfach schlechte Erfahrungen gemacht und würde das wirklich nur machen, wenn ihr eine hohe Schmerztoleranz habt. Wenn ihr Windows behalten wollt, dann nehmt lieber gleich eine zweite SSD für Linux. Ja, das ist in Notebooks meist schwierig, aber in Desktop-PCs geht das einfach. So, aber dieses Video soll ja sowieso eine niedrige Einstiegshürde haben, deshalb zeige ich das hier in der einfachsten Methode und auch in der von mir empfohlenen, in der der komplette Datenträger von Linux übernommen wird. Deshalb nochmal zum dritten Mal, sichert alles Wichtige. Ja, achso, was sind denn überhaupt die Systemanforderungen für Linux Mint? Also ich sag mal, wenn euer Rechner in den letzten 15 Jahren gekauft wurde, dann ist ziemlich sicher, dass das ausreicht. Also 4 GB RAM solltet ihr haben und eine 64-Bit-CPU und ja, so 100 GB Platten- oder SSD-Speicher. Das ist nicht viel, oder? Ja, jetzt geht ihr auf linuxmint.com, klickt hier bei Cinnamon Edition auf Download, sucht euch einen Server in eurer Nähe und downloadet die zurzeit 2,8 GB große ISO-Datei. Und die könnt ihr jetzt zum Beispiel mit Balena Etcher, das es für Windows, Linux und macOS gibt, auf einen USB-Stick bootfähig drauf machen. Dafür wählt ihr hier einfach den USB-Stick aus und hier die ISO-Datei und dann auf Flash. Ich habe allerdings schon mehrfach gesehen, dass Balena Etcher irgendwie komisch abgebrochen ist und komische Sachen gemacht hat. Deshalb ist mein Lieblingstool eigentlich Ventoy. Das gibt es aber leider nur unter Windows und Linux, nicht für macOS. Naja, damit macht ihr euch jedenfalls einmal einen USB-Stick fertig und dann könnt ihr die ISO-Dateien da einfach drauf kopieren. Also ohne irgendwelche Tools, irgendwelche Hilfsmittel, einfach aufs Dateisystem drauf kopieren. Wenn ihr dann davon bootet, könnt ihr auswählen, welches ISO geladen werden soll. Das ist nicht nur super elegant und einfach, sondern halt auch praktisch, wenn ihr von einem Stick mehrere Betriebssysteme installieren wollt. Also ihr könnt da auch eine Windows 11 ISO drauf klatschen oder ein CacheOS, alles gleichzeitig. So, jetzt geht es aber ans Booten. Also man muss einstellen, dass der Rechner von USB-Stick bootet. Und das ist jetzt der Punkt, an dem die nicht so Erfahrenen unter euch vielleicht ein bisschen ängstlich sind, aber macht euch da wirklich keinen Kopf. Ihr habt ja alles gesichert, kann also nichts Schlimmes passieren. Also erstmal USB-Stick natürlich in den Rechner reinstecken. Das Ding ist, dass das sogenannte UEFI, also wo man unter anderem einstellt, dass der Rechner vom USB-Stick booten soll, das hieß früher mal BIOS, heißt jetzt UEFI, also alleine wie man da reinkommt, das ist halt bei jedem Rechner anders. Oft ist das F2, oft die entfernen, aber manchmal auch F1 oder die Lautertaste bei Microsoft Surface zum Beispiel oder F12. Deshalb als kleiner Workaround, falls euer Windows noch läuft, Shift-Taste gedrückt halten, dann Start, dann Neustarten, also mit gedrückter Shift-Taste und dann sollte der Rechner in dieses Menü hier gehen. Da wählt ihr dann Problembehandlung, erweiterte Optionen und UEFI-Firmware-Einstellung. Dann Neustarten. Ja, und dann startet der Rechner neu und dann seid ihr hoffentlich drin im UEFI. Da ist es jetzt leider auch für mich unmöglich, euch alle Eventualitäten zu tutorialen, weil das sieht halt überall anders aus. Ein paar Tipps, mit denen ihr durchkommen solltet. Glaub an euch, wirklich. Wenn ihr irgendwo einstellen könnt, zwischen UEFI oder Legacy CSM, nehmt UEFI. Wenn ihr irgendwo Secure Boot seht, aktivieren. Dazu sage ich später nochmal was. Falls ihr da mal irgendwas geändert habt, also bei Secure Boot. Der Secure Boot Mode sollte auf Standard Factory Keys stehen, also dahin zurücksetzen, nicht auf Custom setzen. Fast Boot solltet ihr sicherheitshalber erstmal ausschalten, weil dadurch eventuell Dinge übersprungen werden, die ihr braucht. Bei SATA-Modus solltet ihr AHCI einstellen. Ja, und dann ist es soweit. Dann sucht ihr das Boot-Menü im UEFI, wo ihr einmalig sagen könnt, hier Boote vom USB-Stick. Wenn ihr das nicht findet, könnt ihr auch die Boot-Reihenfolge ändern, also USB-Datenträger ganz nach vorne, statt der internen SSD. Puh, und wenn das jetzt alles gut gegangen ist, dann bootet Linux Mint vom USB-Stick. Und ab jetzt ist das wirklich alles super einfach, würde ich sagen. Ihr seht da jetzt schon den Desktop. Das bedeutet aber nur, dass das Live-Mint von USB geladen ist. Das ist noch nicht auf eurer internen SSD installiert. Wenn ihr das wollt, klickt ihr hier oben links auf Install Linux Mint. Dann könnt ihr die Sprache auswählen. Deutsch, Tastenbelegung. Dann Netzwerk, zum Beispiel euer WLAN. Könnt ihr euer WLAN-Passwort eingeben. Ganz wichtig ist jetzt Multimedia-Kodex. Die wollt ihr haben, die wollt ihr anklicken. Und jetzt da unten dann noch in dem Menü für Secure Boot irgendein Passwort eingeben. Eine Passphrase. Müsst ihr gleich nur ein einziges Mal eingeben, dann könnt ihr es direkt wieder vergessen. So, jetzt bei Installationsart Festplatte löschen und Linux Mint installieren. Weiter, weiter, weiter. Wo befinden sie sich? Weiter. Dann ihr Name, Passwort eingeben. Also beliebiges Passwort. Und dann geht die Installation los. Kriegt ihr auch direkt so eine schöne Slideshow mit den wichtigsten Funktionen. Wunderschön. Dauert jetzt einen Moment. Also je nachdem, wie alt euer Rechner ist. Und irgendwann steht da dann Installation abgeschlossen. Könnt ihr dann jetzt neu starten klicken. Vorher am besten den USB-Stick rausnehmen. Und dann kommt wahrscheinlich diese Meldung hier. Das ist Secure Boot. Und wenn ihr dann Enroll, Mock oder MOK macht, dann gebt ihr einmal dieses Passwort ein, was ihr in Linux Mint vergeben habt. Da bei den Multimedia-Codecs. Und dann geht ihr auf Enroll, MOK, Continue, Yes und dann das Passwort eingeben und dann Reboot. Ja, und danach braucht ihr dieses Passwort nicht mehr. Denn das Zertifikat steckt dann in der UEFI Mock-Liste. Es geht da nur drum, die sogenannten DKMS-Module laden zu können. Die akzeptiert Secure Boot nämlich sonst nicht, wenn das nicht signiert wird. Dafür ist dieses Passwort gut. Es kann auch noch sein, dass ihr das Enroll Mock noch nicht seht. Da müsst ihr dann vorher einmal das Mock from Disk enrollen. Und ja, kleiner Tipp von mir, da hilft ChatGPT ganz gut weiter mit diesen verwirrenden Mock-Sachen. Okay, ich habe gesagt, das wird hier jetzt nicht so richtig frickelig, aber ja, manchmal geht es nicht anders. Ja, man findet ja immer noch in vielen Linux-Tutorials die Ansage, Secure Boot ausschalten. Das habe ich früher auch immer so gemacht, weil man sich damit dieses ganze MOK-Mock-Schlüsselgefummel einfach spart. Es ist halt einfach einfacher. Und es hieß ja auch immer, Linux ist sicher, da braucht man diese Security-Funktion nicht. Aber so einfach ist die Welt nicht mehr. Es gibt auch unter Linux inzwischen irgendwelche miesen Dinger, also Boot-Kits. Und Secure Boot führt da definitiv eine sinnvolle Sicherheitsebene mehr ein. Also ruhig lieber nutzen, wenn ihr das hinkriegt. Wenn nicht, ist das auch kein Weltuntergang. Also ein ungepatchtes Windows 10 ist da eine ganz andere Gefahrenquelle als ein Linux ohne Secure Boot. Das ist wirklich nicht so wild. Also wenn es gar nicht klappt mit Secure Boot, dann lieber im UEFI ausschalten und ohne installieren. Ihr könnt Secure Boot auch später noch nachrüsten. Das ist alles kein Problem. Achso, ja. Und wenn Mint dann läuft, dann kriegt ihr da diesen Begrüßungsscreen. Und ihr merkt hoffentlich direkt, dass das alles schwupsiger ist als unter Windows. Und dann könnt ihr nochmal gucken, ob es noch irgendwelche Treiber nachzuinstallieren gibt. Das geht alles automatisch mit dem Menüpunkt hier. Und dann könnt ihr das System erstmal updaten. Und hier findet ihr Software zum Installieren. Ich habe da einfach mal Steam installiert. Und ihr wisst ja, unter Linux laufen inzwischen die meisten Windows-Steam-Spiele. Völlig unproblematisch. Ich habe einfach mal testweise Skyrim installiert, was ja ungefähr zum Alter der Rechner passt. Und das lief auf Anhieb. Also ich freue mich über das neue Leben meiner Laptops. Übrigens noch wichtig, falls sich in unserem Video irgendwelche Fehler eingeschlichen haben und wir das erst nach der Veröffentlichung merken, achtet auf den angepinnten Kommentar. Also wenn es den gibt, dann sind da Fehlerkorrekturen drin. Ja, und happy Linux-ing. Schreibt in die Kommentare, ob es geklappt hat und abonnieren natürlich. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020